hallo herzlich willkommen zurück hier auf der schwarzen pumpe mit mir so ihr lieben die wiesen sind dran wir fahren zu den wiesen dann werden wir sie abmähen weil die anderen felder sind noch nicht reif und wenn es jetzt um fünf in geben anfängt gleich zu regeln denke ich mal wäre das eh nicht mehr machen also machbar den hopfen dann also können wir dann nur noch warten dass wir die zuckerrüben fertig kriegen nur schauen wir mal so dann geht es los gras und so können wir ja reinfahren das ist ja nicht das problem das können wir machen wenn es regnete bin ich echt gespannt mal schauen hat ja bisher ganz gut geklappt mal schauen vielleicht wird es ja was ach gut ich hätte ja gleich auch egal ich fange hier unten an ist ja wurst ist ja wurst so stellen wir das mal hier hin das vehikel machen wir hier auch die lampe an das wird doch toll sein weil wir machen ja hier sind ja hier auch am schluss so dann klappen wir das ganze klatteradatsch ein machen wir die lampe wieder aus und dann fangen wir hier an zu mähen so absenken und an mit dem so auf geht da peder so ist halt ein echt geiles teil das teil das tut ganz schön blenden ach wir machen das so so wunderbar 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 guten klee rumpel die puppe hier oben und jetzt mit schmackes ah ne der wird nicht schneller ok 17 Uhr wir haben immer noch kein regen das ist doch schön mal sehen wie die felder sind immer noch nicht fertig naja macht nix macht nix vielleicht werden sie heute gar nicht fertig das kann natürlich auch sein weil es ja schon doch bisschen spät ich weiß gar nicht keine ahnung keine ahnung blies senk dich ab dankeschön so nun stellt sich mit die frage hauen wir das gras gleich ins ach so stimmt ja wir wollten ja schafe also hauen wir das ach wir hauen das erstmal ins silo oder machen wir gleich ballen und stellen die dann da hinten hin und stellen die dann da hinten hin könnte man natürlich auch machen das stimmt jetzt ja wir wollten ja die schafe machen einfach mal gleich hier ballen und dann fahren wir das auch gleich hinter weil da laden wir das am schafstall hinten ab ach so kann ich das eigentlich mal gucken was der kostet aber ich glaube der war nicht so teuer wir wollten ja eigentlich auch felder kaufen ach wir laden das erstmal ins lager weil wir brauchen unbedingt fläche also werden erstmal felder gekauft dass wir die produktion dann mal richtig am laufen haben ich glaube das ist wichtiger ja ich bin gespannt ich bin echt gespannt wann es anfängt zu regnen oder ob das bloß so eine pseudowolke ist ich bin echt aus ich bin echt aus ich bin echt aus Nehmen wir den guten, großen, den neuen, wir haben ja den neuen, oder nehmen wir den kleinen, lustigen, blauen. Und die Spiegel ganz schön da, die tiefstehende Sonne. Könnten eigentlich solche Begrenzer sein, noch mit dran sein, wie beim Maydrasher, da sieht man wünscht es da, naja, wir können ja alles haben, ne, ich finde es ja lustig, die Dinger fahren ja immer noch, also bei mir hier, der eine Hof, der tut mit dem Ding dir seine Wiesen machen, die sind ja im Moment alle unterwegs oder waren, jedenfalls hat er noch diese alten Bestände, da ist sogar noch so ein alter Häcksler oder Mähdrescher, was das dort ist, also richtig nice die Kiste, so eine mal in echt zu sehen, das ist ja nicht mehr alltäglich, solche alten Oldtimer und dann auch in Gebrauch, das ist ja doch schon schön. Bei uns fahren dann ja nur noch Fendt rum, sind auch schöne Fahrzeuge, aber wir haben auch New Holland. So. Ach, ich finde das war eine gute Investition, unser großer geiler Rastmäher, ne? Das ist schon nice, das ist nice. Ah, jetzt regnet es, scheiben wir schon an. Mal raus gucken, ja. Es regnet, 17.07 Uhr, okay, ich dachte immer zu vollen Stinde, na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Also können wir uns ja hier auf die Wiesen noch beschränken. Wir können ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass wir den Hopfen runter machen können. Ansonsten können wir nur warten, bis die Zuckerrüben da sind. Naja, zur Not machen wir Versorgungsfarben. Oder wir machen ein bisschen Holz. Habe ich bisher noch keine Aufnahme gemacht, aus einem ganz einfachen Grund. Ich säge die Bäume ab und lade dann mit einem starken Bauern auf, weil diesen Holzerntter, den ich gerne möchte, der kostet ein bisschen. Und ich will eigentlich ja erstmal den Forst haben. Oh, oder mal gucken, was mal an Aufträgen da ist. So Dünger, Pflüge, Aufträge, das ist ja denke ich mal auch zu machen. Mal schauen. So. Ah, das geht mir nicht alles weg. Okay. Das ist ja echt. Ja. Ein Fitzelchen lass ich stehen. Naja, es geht ja nicht anders. Egal. Aber das erste Mal auf der Karte, dass es regnet und ich spiele schon sehr lange auf der Karte, weil das Projekt, das läuft ja auch schon sehr lange. Ich freue mich. So, da kann man dann den Helfer da drüben fahren lassen, weil dann können wir uns damit begnügen, die Ballen zu pressen. Genau, aber wie gesagt noch unschlüssig. Nehmen wir den blauen oder nehmen wir den gelben. So, schauen wir mal. So. Ich glaube, der Kurs ging hier los. Mal gucken, das ist Feld Nr. 7. Ähm, Feld, ach, das ist Wiese 7. Ähm, man. So. So. Ah, da geht's los. Okay. Am ersten Trigger. Am ersten Trigger. So. Ach, Quatsch. Ähm. Ersten Trigger. Dings. Los geht's. Ach, schon so dunkel, dass du Licht brauchst. Na gut. So. Dann gucken wir mal. Ach, nimm den Ding. So. So. Auf geht's die wilde Fahrt. Ja. So. Dann muss ich von hinten rein fahren, weil die habe ich ja schon so gestellt. Das ich sie da. So. Na ja, da wird die Ballmaschine mal ein bisschen sauberer. Ne. Bremsen. Hier ist ja noch Stroh drin. Egal. Mal gucken. Ich glaube, der Milchfutter war noch voll, ne. Ja. Ach, wir fahren gleich hier hinten raus. So. Ach, ich muss mal die Eier paletten, ne. Ich glaube, der Trigger ist voll. So. So. Aber. Ich sehe gerade, wir sind ja schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.